Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Eine neue tägliche Herausforderung. Vielleicht habt ihr schon gesehen, so heißt das Ganze, jage eine Tanksäule in die Luft. Das Ganze machen wir auch nochmal. Ich glaube, die war noch nicht drin, die ist tatsächlich ganz neu. Und für alle, die jetzt selber vielleicht bei Fortnite neu einsteigen und da versuchen, über die täglichen so ein paar XP zusammenzufahren, lade ich das mal kurz hoch. Ich lande hier schon mal bei einer Tankstelle. Das ist natürlich naheliegend. Wenn du eine Tanksäule zerstören sollst, brauchst du auch eine Tankstelle. Ja, wer hätte es gedacht. So, jetzt geht es hier hin. Ich lande hier und schnappe mir gleich mal eine x-beliebige Waffe. Also welche ihr da nehmt, spielt keine Rolle. Zack, zack, jetzt habe ich hier schon was. Und dann geht es zu einer Tanksäule und die braucht ihr im Prinzip nur zerstören. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und dann knallt es hier gleich einmal. Eine würde schon reichen für diese Aufgabe. Das ist natürlich eine Kettenreaktion. Da geht die Action ab. Das Ganze funktioniert super an jeder Tankstelle. Ich kann euch gerne auch über die Karte, da hinten knallt es und knallt es, hier nochmal eine markieren. Da bin ich jetzt hingeflogen. Aber wie gesagt, es gehen ja auch viel mehr. Hier beispielsweise wäre noch eine, wo das Ganze funktioniert. Ach, keine Ahnung. Leute, ihr wisst es doch selber. Hier sind ja auch Tankstellen und so weiter und so fort. Bei Corny auf der Ecke, sorry, bei Greasy ist auf der Ecke noch eine und so weiter und so fort. Ihr findet was. Also das von mir für euch, für alle, die gerade vielleicht auch frisch im Game sind und da ein paar XP mit farmen wollen, der Hinweis, wie funktioniert das, wo funktioniert das. Ich bin raus. Das war's. Viel Spaß euch noch. Macht's gut. Ciao, ciao.